Sie sind hier, 12. Dezember 2018, 18.43 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten Waschpo 98 Hannover will wissen, wer besser mit dem Ball in der Hand umgehen kann. Daher fordern sie den TSV Hannover Burgdorf zum Duell im Wasserbecken. Warum nicht mal neuen Abenteuern stellen? Das müssen sich die Handballer von TSV Hannover Burgdorf gedacht haben, als sie die Herausforderung der Wasserballer von Waschpo 98 Hannover gehört haben. Die Jungs von Waschpo 98 fordern zum Duell im Wasserbecken. Waschpo-Torwart Moritz Schenkel jedenfalls ist sich sicher, dass er seine Bude gegen die Langen vom Handballparket auf dem für sie ungewohnten Spielfeldwasserbecken locker sauber halten wird. Um für die nötige Spannung zu sorgen, hat er einen Einsatz gefordert, der in allen Sportkabinen der Republik verstanden wird. Es geht um die Ehre, und einen Kasten Bier, Hannover Burgdorf setzt auf Kroaten als Geheimrezept eine Herausforderung, der sich direkt in natürliche stellen wollen. Beim Heimspiel gegen den THW Kiel, zum Sport1 der TENCENTER der DKB HBL, sagte der sportliche Leiter Sven Sören Christophersen zu. Mit einem Augenzinkern betonte er auch die Bedeutung dieses Duells. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Jungs wünschen soll, dass möglichst viele bei der WM dabei sind oder ob ich sie gegen Waschpo brauche, besondere Hoffnung legt Christophersen auf die kroatischen Spieler im Team. Unsere Geheimwaffe aus Kroatien, wo Wasserball ja hoch im Kurs steht, die haben die Jungs von Waschpo wohl nicht eingerechnet. Damit sollte das eine Tor ja dann gelingen, und die Ehre und der Kasten Bier in die Reckenkabine wandern. Termin für die Hannover-Arner-Stadtmeisterschaft ist der 18. Januar 2019. Wasserball auf Sport1. Wer sich schon mal vor dem Duell von den Fähigkeiten von Waschpo 98 Hannover überzeugen will, der ist bei Sport1 bestens aufgehoben. Sport1 begleitet das Team durch diese LEN Champions League und überträgt ausgewählte Spiele live und zeigt die Highlights. Der nächste Termin für Waschpo 98 Hannover auf Sport1 ist der 25. Dezember. Dann werden die Highlights der Partie gegen JUG Dubrovnik gezeigt. Der nächste Live-Termin ist der 27. Februar wenn es gegen Solnuki VSK geht. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Musik